Etwas, das altbekannt ist, ganz einfach und simpel. Das Wort kann somit auch abwertend verwendet werden. Dann werden meist Kunstwerke, Literatur oder Ideen als trivial bezeichnet. Dies meint dann, dass diese Werke und Ideen durchschnittlich oder sogar platt und einfach sind oder eben einfach bedeutungslos, weil eben nichts dahinter steckt. Das Wort ist trivial. Diese Dinge sind dann trivial. Trivial.